Hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge Call of Duty Ghosts. Wir spielen im Team Deathmatch, ich habe hier die Honey Badger und ja, mal schauen. So, gehen wir mal hier hoch. What the fuck? Ich sehe da gerade... Meine Fresse. Okay, der ist schon weg. Schade, schade. Fuck. Schön, dass du beschossen wirst. Ich höre euch, denkt dran. Meine Fresse, ich treffe heute aber auch gar nichts hier. Wir müssen dann eigentlich hier vorne ordentlich auskommen, oder? Nein, theoretisch gesehen. Dann laufen wir mal unten rum. Ach, komm schon. Kann doch nicht wahr sein, hier. Meine Fresse. Meine Fresse. Nein, die Fresse. Hier habe ich eine Confine Com- Go, go. Ne Semtex schmeißen kann schon mal helfen. Hier sichern. Und go. Ah, fuck. Kann doch nicht wahr sein. Erster im Team, ey. What the fuck, ey. Ah, die haben die Leute hochgemacht. Ich habe jetzt von mir geraten, dass man diese runter holt. Ich wusste das gar nicht. Mal nachladen. Ah, what the fuck, ey. Diese Wichser mit ihrem Infrarotvisier. Ist da, ihr könnt mir mal den ganz Hardcore-mäßig den Pimmel knutschen. Okay, die habe ich sogar getroffen. Ich weiß nicht, was ich am meisten hasse. Ich habe keine Nades mehr. What the fuck. Ah. Meine Fresse. Ah. 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 Ich hoffe einfach mal, dass ich mich nicht allzu nubig anstelle. Ähm. Ähm. Feindliche Satcom gesichtet. So. Ah. Meine Fresse. Verbündete Satcom aktiv. So. Der wurde ausgeschaltet. No. What the fuck. Satcom verbindete Satcom aktiv. Ja, äh... Was machen wir jetzt am besten? Wir hängen hier so... Wir hängen jetzt hier so ein bisschen fest, würde ich sagen. Ich hab hier viel Muni. Ja, was mach ich jetzt am besten? Oh, viel Muni. Ja, sterben. Ja, das ist wohl die beste Möglichkeit, um, äh, Muni zu kriegen. Wir verlieren den Kopf. Oh, mh. Wir sind dabei Gegner, alles klar. So. Der ist weg. Äh... Ich hab keine Reflexe hier. Laufen wir hier zu dritt. Ich hab 9-9. What the fuck, ey? Ich seh die Leute meistens gar nicht. Man fällt einfach tot um. Okay, what the fuck. What the fuck, was eine Runde hier. Bei Call of Duty Ghosts. Ich nehm gleich noch mit der Green Spider auf. Ähm... Äh, ja. 10, 11, äh, fast 1 AKD. Finde ich, ist ganz okay. Ich muss mal eben was trinken. Oh, pop, 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 pop. Yo. So. Da bin ich auch schon wieder. Neun Trupp-Punkte. Hat gerne eine neue MPS. Die wurde mir empfohlen, ja. Genauso wie die Honey Badger. Die finde ich auch ganz cool, muss ich sagen. Die MR. Und ja, wir starten in eine neue Runde. Team Deathmatch. Nehmen wir jetzt wieder ein paar Folgen im Voraus auf. Ähm... Oh, das hätte ich gern mit dem Mikro... Oh, das hätte ich gern. Weil diese Thermalvisiere sind echt der größte Rotz, äh, wenn man damit beschossen wird. Und man leuchtet einfach wie so ein Weihnachtsbaum. Jetzt machen wir mal die Ämter. Mal schauen, äh, wie die so ist. Und man ist halt hier von Kimo und Korner für eine offene Visierung. Okay. Das geht ja noch. Alles klar. Kenne ich die Map überhaupt schon? Die Map, die kenne ich überhaupt noch nicht. Ich laufe dem jetzt einfach mal hinterher. Weil ich die Map einfach nicht kenne. Wir sind im roten Wachstein gewollt. Wir liegen in Schwierung. Bäm. Oh, hier würde ich aber gern mal Urlaub machen in dem Wasser. Sieht schön... Naja. Okay, doch nicht. Lassen wir das mal. Hahahaha. So. Ist ja aber echt einfach keine Gegner, äh. Das stört mich ja schon ein wenig, wenn ich keine Gegner sehe. Ja, ja. What the fuck? Ja, tschau mal, wie sie, weißt du? Fotzen, ey. Alles Fotzen. Äh. Er ist auf dem Steg. Hm. 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 Hoffen wir hier entlang. Hm. 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 Ich weiß nicht, wo ich hinlaufen sollte. Leute, das ist das Schlimme. Verbündete Satcom aktiv. Ihr wisst, was ich meine. Hm. Oh, da ist ein Gieschner. Oh. Das gibt Falldamage. Das habe ich mir nämlich schon gedacht gehabt. Ja, ich würde gerne mal jemanden töten, meine Freunde. Aber ich sehe gerade echt keinen Arsch. Ah, komm schon, komm. Honey Badger wieder und los geht's. Weil die kann wenigstens ein bisschen was auf der Distanz, ähm. Was natürlich die, äh, PDWs nicht können. So. Oh. Oh, das ist gerade der wäre einer. Verbündeter Raketenschlag steht bevor. Oh. Oh. Rakete, what the fuck. Satcom aktivieren. So, und schauen, wo gehe ich denn da? Ist gerade einer vorbeigelaufen. Der ist mir aber gerade sowas von egal. Oh. Oh, da hole ich mir lieber die Leute hier weg. Ähm. So. Ein Kill fehlt mir noch. Dann müsste ich meinen Hund haben. Der hat ihn schon getötet. Gib mir doch nochmal ein Gegner. What the fuck. Fuck. Ich suche Gegner. What the fuck, ey. Ich war doch voll drauf, ey. Nein, weiß nicht, aber... Aaaaah. Ein Scharfschütze oben im Turm. Ja. Was heißt denn für euch Turm? Jetzt zeigt euch doch mal, ihr Gegner. Arschlöcher. Ja. Mein. Gott, ne. Nee. Uuuh. Habe ich ein bisschen Damage kassiert, aber... Was hat denn für einer? Ich hab keine Muni mehr. Franschen mir... Eben hier die Muni klauen. Ich hätte gerne eine andere Waffe. Neu PDW ist irgendwie uncool. Muss ich schon mal eben so sagen. Gar nicht cool. PDW ist echt nicht cool, Leute. Mag ich nicht. Ich brauche unbedingt ganz schnellstmöglich eine andere Waffe. Mein Gott, ne. Kann doch nicht wahr sein. Ich kann keine Gegner finden. Ist das der Hammer? Das ist ja der Hammer. Jeder und das passiert dann mit der PDW. So. Weiter geht's hier. Der ist down. Gehen wir mal nach oben. Kämpft weiter. Ja, ja. Wir kämpfen weiter. Wir kämpfen aktiv. Kriegen wir mal ein bisschen Fall Damage hier wieder. Mein Gott. Nee, nee, nee. Die Zeit wird knapp. Weiter geht's hier. 4, 3, 2, 1. Damit haben wir gewonnen. Man, schöne Folge. 10, 5, 2 RKD. Lars Köhler von der Machung. Schön. Ja, ich wünsche euch dann noch einen schönen Tag. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß mit der Folge wie ich. Und haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.